Musik Kennst du den großen See, durch Flossen von der Spree, ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Möwen ziehen? Wir haben die Auflage, nicht unangemessen Krach zu machen und das Hochfest zu stören. Musik Insbesondere sind diese mechanischen Tröten bitte, bitte wirklich untersagt. Also ihr lauft Gefahr, eigentlich müssten wir die jetzt hier im Vorfeld einsammeln. Ihr habt die alle nicht dabei und ihr werdet die vor allen Dingen nachher bei der Menschenkette bitte nicht benutzen. Die Trillerpfeifen sind erlaubt. Musik Und wir haben natürlich auch eine Stimme. Musik Nichtsdestotrotz, wir geben ja gern unser letztes Hemd und wir halten das auch irgendwie in der Hand. Wir werden sicherlich nicht eine Komplettumspannung des Rathauses statisch schaffen. Das ist auch überhaupt nicht nötig. Es geht um das Symbol, was wir hier abgeben wollen und wir werden... Applaus Und wir sind laut, weil man uns die Ruhe hat. Wir sind laut, weil man uns die Ruhe klaut, weil man uns die Ruhe klaut. Sie können zu Tranich k大丈夫, machen wir uns die Ruhe, literally die Ruhe, oder nicht collar, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Sie können zu Kamel kommen, kostet uns unser letztes Hemd. Kлегe an! Lügenpakt! Halt! 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 Halt!